Ich stehe hier mit dem Vice President of Northern Central Europe von Emirates, Herr Greiner. Das ist vollkommen richtig. Schönen guten Tag. Guten Tag, freut mich echt, dass ich hier sein darf. Herr Greiner, mal eine Frage. Die Emirates wird halt den A380 während der kompletten ILA hier auf dem Gelände lassen. Wieso ist die Anwesenheit des A380 auf der ILA so wichtig? Wie gesagt, die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir hatten immer tolle Besucherzahlen, ob das an den Fachbesuchertagen war, ob das an den Endverbrauchertagen war und diese Zahl wollen wir dieses Jahr toppen. Die Emirates hat ja die weltweit meisten A380. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Airbus A380? Also das Produkt kommt beim Kunde sehr gut an. Die Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben, sind gut ausgelastet. Also wir sind sehr zufrieden mit der A380 und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt eben nochmal 36 zusätzliche bestellt haben, 20 fest und 16 auf Optionen. Ich stehe jetzt hier in der wunderbaren Emirates First Class. Das ist wirklich meine Lieblingsecke hier. Was ist denn das Allerallerbeste an deinem Job? Das Allerallerbeste an meinem Job ist natürlich, dass ich überall hinfliegen kann. Ich kann die ganze weite Welt sehen und natürlich kann ich auch mit der A83 Flieger rumfliegen und es ist natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Ich bin jetzt ein Wahnsinnserlebnis. Das Allerbeste an der Ahnung.